Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Es geht jetzt zum letzten Kampf gegen Terra. Okay, das ist danach kommentiert. Ich gebe es zu. Weil ich nicht wusste, wie leicht oder schwer der wird. Deswegen habe ich jetzt einfach mal, ohne großartig zu überlegen, aufgenommen, um den Kampf zu haben. Damit ich ihn nachkommentieren kann, ohne größere Fehler. Ja, hau mich erstmal von den Füßen mit deinem doofen Auto. Und er landet sofort ganz brav neben mir. Das finde ich so nett von ihm. Guck, wie viel ich ihm abziehe. Und ja, als hat er seine komischen Sentry Guns geholt. Die ich übrigens hasse. Aus. Das wäre schon wieder Auto. Ja, wenn er es mal macht, dann macht er es oft. Heilung, schnell. So. Aufentherröhr jetzt. Einfacher geworden ist, seine Angriffe sind. Nicht anders. Er ist immer noch ein scheißarschiger Gegner. Und ja, also Sentry Guns geht mir die aber auch da. Wenn ich jetzt nicht mehr dran gewesen hätte, hätte ich das abwehren können. Aber nein, stattdessen ist Donald draufgegangen. Und ich bin in Limitform. Weil die einfach so viel abzieht. Aber nicht in allen Seiten abwehrt. Warum muss der sich so weit weg positionieren? Das wäre jetzt sehr unfaktisch. Na? Immer schön drauf abwehren. Immer keinen Reflektor benutzen, um das abzuwehren. Das ist sehr schön. Jetzt kann man gleich sehen, wie viel ich hier wirklich abziehe. Ja, wo gut eine Leiste ist es gewesen. Aber da hat sie in Limit mit gut getan. Jetzt macht er das schon wieder. Danke, Donald. So, jetzt wird wieder draufgekloppt. Aber richtig, mit Wutanfall. Ey, du Arschloch! Ich habe noch keine Abschlussangegriffe gemacht. Ja, ich lasse mich hier schön fallen und treffen. Und das war reichlich sinnlos, weil er mir schon wieder was abzieht. Ja, Mann. Ich hasse es, wenn er so lange braucht, um anzugreifen. Ja. Okay. Weg da. Er ist wieder angegriffen, aber ohne Limitform, leider. Ich hätte ihm gerne mehr abgezogen. Nun, Terra greift noch nicht nach drei Abschlussangegriffen sofort wieder an, aber nach fünf Stück wohl. Busse lassen nicht alles über sich ergehen. Nach einer gewissen Anzahl Abschlussangriffen reißen sie sich raus. Oder sogar nach einer gewissen Anzahl Treffer. Aber meistens sind es in der Komboschläge geordnet. Und die wissen, was Komboschläge sind und was Abschlussangriffe sind. Das merken die Computer wohl. Final Form. Weil so nah zur Abwechslung lebt. Autsch, 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 autsch. Ich konnte irgendwie kein... Ich konnte kein Stehoff mit ihm machen an der Stelle. Ist das total komisch. Und ja, ich habe die beiden höchsten Schwerter mehr oder weniger ausgerüstet. Also Ultima ist klar. Aber ich habe halt auch noch Winners Proof ausgerüstet. Jetzt ist er wieder weg. Nicht sehr praktisch für mich. Aber ich habe ihm jetzt nahezu die Hälfte abgezogen. Und jetzt fängt er auch damit an. Gut, da ich ja diesmal aufpasse, was ich mache. Nicht nur beim ersten Kampf. Da habe ich mich erstmal gnadenlos treffen lassen. Schön alles abwehren. Bis auf das. Aber er landet so schön nahe bei mir. Das heißt, ich kann so richtig reinfetzen. Und weil man im Final Mix so viel abzieht, ist er schon fast erledigt. Ich muss nur noch eine Kombo setzen, ist er weg. Nur noch eine Kombo. Hier reichen schon beinahe Grundlagen aus, um ihm auszuweichen. Ah, jetzt fängt er schon wieder damit an. Nun, zumindest ist er jetzt cleverer. Er kombiniert Angriffe. Oh nein. Mit dem richtigen Timing ausweichen. Komischerweise vier Pfeile anstatt drei, aber es macht nichts. Er ist erledigt. Das war schon Terra. Ja, das war schon Terra. Fünf Minuten. Ne, eigentlich sechs. So muss man umdrehen. Aber, ja, so schnell ist er besiegt. Und jetzt nehmen wir diese Katzen auch mal in ganz normalen Klamotten. Ich glaube, ich muss euch nicht übersetzen, was da steht. Das habe ich ja schon mal. Und der Alte ist müde. Er legt sich wieder hin. Ne, jetzt mal im Ernst. Von Wurferslieb bis Kingdom Hearts 2 gehen einige Jahre ins Land. Terra ist alt. So halb. Ihr werdet wahrscheinlich 27 oder so. Nun gut. Wieder mal Connections Proof. Wieder mal die goldene Krone. Bis zum nächsten. Nein, nein. Es geht jetzt weiter. Nun, wie schon gesagt. Mit der goldenen Krone geht es jetzt sofort weiter. Nur noch mal ein Beweis, dass ich sie habe. Na gut. Dann will ich eigentlich keine Z verschwenden. Es geht direkt los. Ich muss mal kurz die FPS umstellen. Jetzt ganz herumgefliegen habe ich mir sofort gespart. Nun, da Xem das nicht allzu schwer ist, kann ich ja wieder Kingdom Key anlegen. Nur damit alles auch ganz authentisch wirkt. Alles, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist der Hardest Cup. Aber ich bezweifle, dass das noch wichtig wird. Zumal ich die Welt ja eigentlich abgeschlossen habe. Dann geht's jetzt los. Wobei, ich kann einfach mal die Bossfights zeigen, dass zwischendurch das sowas und dermaßen leicht ist. Ach, mit der Krone sieht das echt cool aus. Aber gut, in diesem Kampf hat sich eigentlich gar nichts geändert. Entweder der Level von Xem das, äh, noch wie die ganzen Kämpfe ablaufen. Aber da ich jetzt 1190 bin und so viel abziehe, wird Xem das unglaublich einfach sein. Ey, ich habe ein Dreieck gedrückt, du Schweinehund. Was ist denn dein? Äh. Nein. Na gut, dann slaschen wir jetzt unseren Weg durch die Gebäude. Was ist denn das eigentlich mit zu häusern? Steht jetzt mal auf die Architektur? Ich meine, sogar dieses Ding hier ist daraus gemacht. Und man kann es schaffen, dieses Schiff hier auf den Erstversuch zu machen. So. Man hat ja wohl ein bisschen Zeit, bevor es wirklich losgeht. Dann kann man das Ding auch gleich sofort schrotten. Allerdings, das geht auch nur dank Magnetsplash. Und natürlich dank der Magnetmagie. Dann kommt her. Na, Rick glaube ich schon in den Team, der kann trotzdem nichts richtig. Na, kommen noch ein paar. Na gut, ich weiche dann lieber erstmal aus. Bevor hier alles kaputt geht, nur wegen mir. Okay, jetzt aber. Eins, zwei letzte Viecher und schon kann ich da weg. Ich klatsche schon auswählen, aber driving kann ich noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Na komm. Ja, ja, Failsafe hier. Ha! Jungs, ich habe drei Abschlussangegriffe, kommt ruhig her. Oh ja, komm, du kommst so brav aus der Erde. Auch wenn das Schiff oder was auch immer mich angreift. Ich schätze mal, es ist das Schiff oder Burg oder Flache. Und raus hier. Es mag zwar ein wenig laggy sein, aber es geht voran. Schon sind wir beim Boss persönlich. Der Boden ist also wirklich auslässt, also der hat mich nicht verguckt. Nicht falsch hingekuckt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich habe jetzt nur Schildmagie gemacht, ne? No fucking contest. Wirklich, der hält ja nichts raus. Und das geht zum Kampf gegen den Drachen. Nun, da bin ich persönlich mehr gespannt, ob es ihm was abziehen wird oder nicht. Oder was? Wie viel zieht dem das ab? Das waren jetzt nur die Gummischiffe, die ich blattgemacht habe. Wächst der Angriffskraft etwa wirklich proportional zu dem, was ich zum Level-Ups habe? Das ist jetzt doch extrem... Das macht die Sache erschreckend leicht. Na gut, bevor ich den Laser loslassen kann, muss ich warten, bis ich dir wirklich andere Körperteile von den Dingen treffen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und das war schon das zweite Körperteil. Irgendwie ist der Drache jetzt echt kein Thema. Und wirklich gar kein Thema. Ganz ehrlich, als ich anfangs sah, beim ersten Mal habe ich an diesem Drachen gehangen, ohne Ende. Und zwar nicht in King of Mates 2 Final Mix, sondern allgemein einfach King of Mates 2. Das ist bei weitem nicht so einfach, wie ihr denkt. Aber jetzt mit so viel Angriffskraft, ähm, ich weiß gar nicht, wie X-Men das ablaufen wird. Vielleicht dann einfach ein Limit starten und gucken, wie sehr eben das weh tut. Jetzt, was noch fehlt, sind die doofen Flügel. Alles andere habe ich schon. Ja. Ich muss trotzdem auffassen, dass mir nicht hier alles so viel abzieht. Das ist ja ein bisschen doof. Da kommt der. So, und der Flügel wäre auch schon ab. Laser habe ich immer noch bereit. Lass mich diesen Flügel erleben. Das war's. Thema erledigt. Es ist gerade auch immer, es ist eine Eidechse. Ich habe ihm die Eier abgeschnitten. Definitiv. Okay, also die Eidechse haben das gleich wird sehr komisch ablaufen. Ich werde ein paar Schläge reinhauen und dann wird er mich schon wieder wegschleudern.